hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen ich freue mich natürlich dass ihr am start seid ich wünsche euch einen super rammontischen abend und wir haben heute gute news denn wir haben das update beziehungsweise das rework ihr habt ja am titel und video bild wahrscheinlich auch schon erkannt nuno villump ja beziehungsweise nuno die meisten wissen ja gar nicht nuno ist der kleine boy die meisten denken der yeti ist nuno oder der ganze figur nuno ist der kleine junge ist nuno und das tier oder der yeti ist villump und hier haben wir jetzt ein rework von ihm und ich werde euch jetzt nicht lange zu quatschen sondern wir schauen uns das auch direkt mal an naja wie wir machen das so wie immer das heißt ich zeige euch die spells und dann ich lasse es erstmal laufen und ihr könnt euch euren teil denken was hier passiert quasi ja das war es eigentlich also seine passive meine freunde ist so dass wenn er angreift dann kriegt er so ein windstoß um sich rum den call of the frailjord so heißt seine passive dieser hat zwei effekte der eine ist dass seine auto attacks aoe damage machen ja wie man sieht hier dadurch kann er halt junglen vielleicht kann er so auch auf der top lane gespielt werden aber auf jeden fall kann er junglen weil er aoe damage hat der alte nuno hatte gar keine aoe damage fällt mir gerade ein oder nee hat er nicht gehabt außerdem hat dieser effekt beziehungsweise die passive einen weiteren effekt denn wenn ein verbündeter in der nähe ist dann geht dieses horn auf einen ja auf einen verbündeten eben der in der nähe ist und er bekommt einen attack speed buff dieser buff geht immer auf die person mit dem heilsten attack speed wenn man das so sagen kann das heißt wenn du halt deine fiora hast und einen varus mit 2,10 attack speed dann wird das immer der varus bekommen oder zumindest halt nicht der ap mage macht also schon irgendwie sinn und gibt ihm eine gewisse ja erstmal eine gewisse utility aber auch die möglichkeit können wir schon mal vormerken vielleicht auf der support position zu sehen fangen wir an mit q und das ist sehr sehr leicht zu erklären denn diese q ist eins zu eins das showguard essen in ich hätte fast gesagt schwach aber eigentlich ist es gar nicht so schwach also dieses showguard also ja es ist schon schwächer es ist ja ein spell dieses essen kann er auf alles machen bei monster macht es tut der mensch wir sehen hier an diesem das ist 1000 der mensch bekommt ja 1000 der mensch wieso ist das hier auf 480p kann auch mal ein bisschen höher stellen wenn es dann funktioniert ja das heißt das sind 1000 der mensch und deswegen meinte ich ist das so wie showguard weil der macht ja auch 1000 der menschner vielleicht geld das ganze noch mit ap das weiß ich nicht wissen wir alle nicht auf jeden fall ist es so dass er sich heilt ja das healing von ihm wird auch höher je weniger hp hat das heißt wenn er richtig wenig hat halt er sich mehr und das ganze macht du damit an monstern und magic damage an champions das heißt hier sehen wir klar das ist nicht ganz so viel und nicht so viel wie eine showguard aber ist auch ja nur ganz normales fressen aber kann es halt echt ist eins zu eins derselbe spell ja ich meine klar du wirst bei showguard noch größer und so ich meine bei nuno wäre es auch lustig wenn du größer werden würdest und dann einfach so ein gewaltiger jedi darum laufen würde ja w ist super lustig der biggest fucking snowball ever ja das ist das ist halt mal wirklich was richtig lustiges muss man sagen ich wollte gerade fast schon sagen was komplett neu ist aber das ist gar nicht richtig denn im prinzip ganz grob von der mechanic ist es halt vision ganz grob also erst mal was machen wir er startet das er ist ein kleiner schneeball wir sehen er ist sehr sehr langsamer anfang man müsste überlegen also er ist langsam und wird mit der zeit immer schneller je größer der schneeball auf wird die frage ist ob er ganz jetzt wo er anfängt hat der normale speed oder er ist ja selber langsamer als normal das wäre interessant er kann sich natürlich der währenddessen bewegen er überrollt sämtliche minions und er macht damage an beziehungsweise das erste ziel geht auch gegen wende wird dann hoch genug also das erste champions ziel oder gegen wende etc dann macht das aoe knockt den gegner hoch ich weiß gar nicht ob alle hoch genug werden das können wir mal sehen ob ihr alle boys ja alle boys werden hoch genug kann man hier tatsächlich sehen und der damage wird ebenfalls höher je länger die kugel rollt das wichtige bei dieser kugel ist dass will um die kugel auch werfen kann beziehungsweise er kann sie nicht werfen sondern er lässt sie mehr oder weniger los er sagt so hier na los leider so nach dem motto das heißt die kugel rollt weiter ohne ihn und dadurch ist sie wahrscheinlich ein stück gestern das können wir gleich auch nochmal sehen und da kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück dann kommen wir zur e snowball barrage oder barrage naja barrage ja das war schon meine freunde das war schon naja hier er wirft schneebel auf dem ziel und die wenn er ähm ein gegner damit trifft dann werden die als schnee snowbound also wahrscheinlich eingeschneet oder irgendwie sowas vollgeschneit markiert ja das sieht man der ist voll markiert das ding ist das kann er dreimal aktivieren aber wenn ähm dieser ganze effekt endet das war jetzt einmal dann werden alle gegner die als vollgeschneit markiert ich weiß nicht ob es vollgeschneit ist ihr könnt ihr gerne sagen werden geroutet das heißt jetzt sehen wir es nochmal ganz gut also jetzt also jetzt ne er kann hier werfen er kann da werfen drei mal kann er werfen und jetzt routet er alle gegner die vollgeschneit sind ne ist ne ganz einfache mechanic die frage ist ob das point and click ist ich denke es ist ein skillshot ja muss ein skillshot sein es wird schon ein skillshot sein und dann kommen wir schon zur ultimate meine freunde na das geht hier echt ratzfatz muss man sagen und die ultimate ist eins zu eins genau dasselbe abgesehen davon dass es super cool aussieht weil er diese kälte in seinen mund rein zieht ja und er bekommt ein schild er bekommt ein schild ne alle gegner werden während er länger channellt mehr geslowt außerdem macht er mehr damage wenn das ganze durchgechannelt ist und er kann wie es hier auch steht ne fog of war also nebel des krieges oder wenn du im busch bist wird nunu nicht aufgedeckt also im prinzip ist das eins zu eins genau dasselbe was er vorher war nur dass er ein schild bekommt wobei das schild interessant ist aber wir gucken uns erstmal einen clip an Leute ja gucken wir uns erstmal einen clip an hier sehen wir nämlich ein bisschen gameplay tatsächlich das heißt hier fängt er an mit der kugel los zu rennen also wird schön groß wir sehen ja ok ich lasse es erstmal laufen ordentlich laut auf jeden fall habe ich das Gefühl kommt noch ein rice teleport rein oder snack da sind wir da kommt noch mehr aber wir können ja das mal kurz rekapitulieren denn ich sehe ja viele sachen beziehungsweise ich möchte immer alles analysieren das heißt grundsätzlich sehen wir erstmal hey es gibt keinen block ne das heißt diese kugel ist natürlich jetzt die frage ob das nur für verbündete zählt ja klar zählt es nur für verbündete weil gegner werden ja sofort genockt das heißt man kann selbst durch die schneekugel außerdem müssen wir sagen er ist level 9 ich gehe mal sehr stark davon aus dass er die kugel nicht gemaxed hat das ist schwierig zu sagen kann man jetzt noch nicht ist nett aber das ding ist sie rollt ja auch über minions das heißt wir sehen jetzt hier ist ein hier sind drei caster und ein full life minion er rollt da drüber die caster sind alle weg und der nahkämpfer hat noch so ja 30 prozent ist jetzt wirklich die frage ich glaube wer ist denn da noch auf der lane ist das ein supporter oder es ist es ähm allister okay jetzt ist halt wirklich die frage was hat er gemaxed hat er im jungle seine queue gemaxed oder war das ein level 1 w weil worauf ich hinaus möchte wenn das wirklich eine level 1 w war halt ziemlich hoch gerollt dann ist das ein extrem guter wave clear und dann kann man damit halt vielleicht auch in der mitte oder top lane einfach mal die waves clearen vor allem wenn du überlegst dass du die kugel ja noch werfen kannst ja das heißt du läufst vielleicht von der mitte dahin und dann wirfst du die kugel da durch die lane naja das ist schon ziemlich not bad auf jeden fall hier sehen wir wurde auch direkt das erste ziel schnee markiert das zweite auch naja der wurde dann direkt geroutet hält super kurz wir können noch mal kurz sehen naja hier markiert geroutet also ich würde sagen 0,5 sekunden steht hier bei briefly slowed ja ne schau mal briefly bla 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 ähm ja briefly rooted briefly heißt immer sehr kurz auf jeden fall so ähnlich also ganz knapp nur auf jeden fall ist nicht lange naja dann holen wir jetzt hier und ihr snackt ihn jetzt nochmal weg das muss ein das muss ein level 5 queue gewesen sein sonst würde er doch nicht so viel okay also er hatte noch 20% aber trotzdem da waren auf jeden fall drei punkte dran circa ja jetzt kommt der nächste fight na das ist auch ganz lustig auf jeden fall muss man sagen ja kann das mal hier weg gehen stopp mal das muss weg da jetzt so ne also er fängt da hier wieder an zu rollen das coole ding ich meine die mechanik ist halt wirklich lustig er rollt hier einfach rum das sieht erstmal nach troll aus ich finde den clip echt passend und da hat man gesehen das letzte stück das er ihn weggeworfen hat ja also er hat ihn losgeschickt ich finde was man hier gut sieht ist dass du es halt es ist sehr clunky du kannst es übel outplayen ja wenn du drum rum her rumläufst quasi ne sogar der hier wir können nochmal die hitbox kurz so ein bisschen analysieren ich möchte immer alles raus hier können wir es schon mal sehen djinn wird noch nicht getroffen von dieser kugel also es ist super close anscheinend und auch hier ich weiß nicht ob es buggy ist eigentlich müsste er doch getroffen werden sieht aus als würde die kugel natürlich ist es schwer weil wir von vorne drauf gucken würde man von hinten drauf gucken steht er vielleicht noch nicht ganz an der kugel dran war auf jeden fall sauknapp kann man sagen und dann haben wir unten nochmal die situation schöner dive ne kommt er mit der kugel an knock den gegner hoch hat kein damage gemacht weil das schild dabei war jetzt fängt er gleich an seine kugeln zu werfen oder auch nicht ja hier kommt absolut zero ist ganz okay snacken ähm ja achso ich muss gerade über ich glaube auf der passive war noch was lass mal genau stimmt das habe ich vollkommen vergessen leute auf der passive fällt mir jetzt gerade komplett ein die passive war nämlich noch dass wenn ihr also das funktioniert gegen enemy champions large monster und strukturen dieses ganze was ich erzählt habe mit dem horn und wenn ihr die angreift bekommt ihr zusätzlich attack speed und movement speed ja attack speed und movement speed dadurch könnt ihr schneller jungle clear nach ein paar sekunden bekommt ihr dann ähm dieses horn oder ihr bekommt halt diesen horn effekt womit ihr aoe damage macht und einem verbündeten ja das ding es gibt wir können mal kurz die skins gucken ne skin ähm müsste ich mal hier vielleicht ein bisschen 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 kleiner machen dann kriegen wir das auch naja die sehen ja also ich muss sagen der normale skin sei ja schon ziemlich cool aus ne so das hier ist der erste ne gucken wir mal was wir hier haben das ist oh der sieht richtig cool aus Leute das ist was sind das hier überhaupt ist das mecha äh nono steht gar nicht dran oder sieht auf jeden fall ziemlich crazy aus der sieht super krank aus was ist das dann haben wir ja troll sind das neue skin ach das ist dieser komische super troll skin der sieht jetzt wahrscheinlich richtig cool aus hier dieser dieser fress äh nono oder wie der heißt also der war richtig richtig bad aber ich glaube der wird unglaublich gut guckt euch das an das ist der das ist der dream von allen weiblichen frauen spielern ähm also ne die stehen jetzt voll auf sowas wie nah und dieses ganze zeug ne dann haben wir noch space nuno alter sind das neue skins oder kenne ich die einfach alle nicht dann haben wir uga uga nuno ne kenne ich auch nicht oder bin ich dunn den der ist gleich geblieben anscheinend ist optisch hier haben wir noch ein sweetowski skin ach guckt euch mal die nase an das ist doch der traum jeder frau dieser champion und dann haben wir noch den der ist auch alles gleich geblieben so wir können noch mal ganz ganz kurz drüber talken und zwar ich denke wo wird der viable sein er wird viable sein auf jeden fall als jungler hat ein gutes kit und ich denke sogar eventuell als supporter könnte er durchgehen midlane ja also diese snowball snowball wird schwer zu treffen sein kann man überlegen muss man wirklich gucken und top lane ja ich meine du kannst es überall mal austesten ne ich werde es wahrscheinlich in den midlane wieder spielen aber die schneekugel ist halt ein cooler engage aber ich denke mal zion ist halt schneller ne die schneekugel ist schon relativ langsam was ich mich bei der schneekugel gefragt habe ist wenn du jetzt die lulu ulti bekommst wird dann die schneekugel gleichzeitig auch größer das wäre interessant zu wissen mit so einer riesen schneekugel aber was ich auf jeden fall cool finde ist dass sein kit im prinzip das ist immer noch nunu ne bei galio war es kein galio mehr was hatten wir als letztes akali ist so gesehen nicht mehr direkt akali auch wenn ich das akali rework auf jeden fall sehr sehr gut finde und das hier ist nunu das ist 1 zu 1 nunu er hat sein ultimate er kann immer noch snacken er hat ne coole schneeball effekt und das coole was ich an diesen letzten beiden rework sagen muss das waren zwei champions die waren komplett point and click langweilig kacke ne mit solchen champions kannst du nicht viel machen du läufst da hin drückst deinen schneeball dies das super langweilig das ist jetzt ein schöner interaktiver geiler champion geworden du hast möglichkeit mit deiner komische schneeball werftkanone dann hast du möglichkeit mit deiner weh du hast überall sachen die du machen kannst du hast deinen root mit dabei du hast eine ultimate also ich finde das kit ist wirklich cool ich finde das ganze rework hat sich bisher gelohnt ich kann es natürlich noch nicht genau sagen ihr könnt mir absolut gerne eure gedanken wo ihr seht das ist eine geile synergie oder was man noch mit dem machen könnte droppen ich wünsche euch was bis auf dann dann Untertitelung des ZDF, 2020